WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, der erste Fund ist ein Geschoss, man sieht es ja direkt schon Ich denke, ich finde es schon ein paar Tränen, weil draußen auf der Wiesn da herrscht so ein Permafrost, da kann ich nicht mehr ein Schaufes, also nicht mehr einen Spatenstich machen Im Wald ist es mir nicht so gut, dass es sogar bis auf 12 Meter hochkommt Gut, dann schauen wir mal weiter, vielleicht finden wir noch mehr So, der nächste Fund, man sieht es schon, das ist ja 200 da oben Und ich bin gespannt, dass wir noch ein paar Minuten finden, weil ich bin erst noch 2 Minuten gegangen, dann habe ich schon den nächsten Fund Jetzt wird es interessant Gut, dann schauen wir gleich weiter So, der nächste Fund ist irgendetwas komisches, wo wahrscheinlich irgendwas drin gehängt ist, oder es war eine Verzierung Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was das genau sein soll Ich war direkt an den Oberflächen, und ich bin mittlerweile jetzt von dem Wald da drüben rumgegangen Und habe einmal da oben geschlichen auf die Südseiten von dem Wald Vielleicht fände ich da mehr Gut, dann schauen wir weiter So, der nächste Fund ist wieder einmal ein Knopf, man sieht es hinten, die Hülsen ist ein bisschen verbogen Auf jeden Fall ist da ein wunderschönes Muster oben Und ob das jetzt da silber ist, oder verzinkt, das kann ich mir nicht vorstellen Ich weiß nicht so recht, es ist auf jeden Fall einmal schwer Gut, dann schauen wir weiter, vielleicht fehlt mir noch mehr Ja, ich glaube, wir hören jetzt mal auf, weil mein Metalldetektor, der Spendverruck, der tut sogar mitten in der Luft Anschlag, und ich weiß nicht, was jetzt da los ist Weil das habe ich schon seit 2 Monaten, dass er mitten in der Luft ausschlägt Ich habe wahrscheinlich, wenn ich jetzt so schaue, bin ich immer auf so viele Striche gegangen Ab mehr als ein paar Striche fangen da zu pipsen an in der Luft Ja, was ich sehen kann, ich glaube nicht, dass das da der Mühlhafen dort ist, weil das war immer im tiefen Wald auch Und ich glaube, wir lassen das für heute, dann schauen wir sich die Fund nicht heim an Gut, dann schauen wir mal heim So, weil das jetzt gleich beschlossen und ich schaue mir die Fund nicht gleich an So, habe ich gleich mal beim Finden, ist mir auch etwas untergekommen, das sieht man gleich da Ich habe einen Magneten gefunden, da habt ihr euch nicht geglaubt, dass das ein Magnet ist Fahre ich mit den Eisen drum schnell mal zu will So, ein kleiner Magnet habe ich gefunden, wahrscheinlich ist das für mich an Kosten gewesen Auf jeden Fall möchte ich darüber nicht mit der Kamera zugehen Gut, das nächste, was wir gefunden haben, das habe ich auch Das haben wir oben gefunden, an der Sonnenleiten, also wo die Sonne hinkommt Ich weiß nicht, was das ist, schaut aus wie eine Verzierung, die wird, glaube ich, dazugehören Das habe ich dann später noch darüber gefunden Wahrscheinlich so zusammengehören, bin mir noch gar nicht sicher Das nächste, was da ist, ist ein Knopf Man sieht es daran, wissen wir leider nicht, was das für ein Knopf ist Das kann auch ein Silberart gewesen sein Auf jeden Fall schaut das schön aus, ich würde mir gleich wieder auffinden Das nächste, was wir da gefunden haben, wenn die Kamera mal scharf hört Sieht man da schon, das sieht man gar nichts, die Kamera ist unscharf Gut, ich mache noch eine Aufnahmepause So, die Kamera ist unscharf worden Nach der Hitze von meiner Hand, sieht man es genau da, da entsteht schon ein Dummst So, da haben wir da jetzt wahrscheinlich irgendwas mit 200, sieht man es gut da Hinterbei ist wieder das Kreuz Ist aber kein Hakenkreuz, damit ich das gleich sage Was wir noch gefunden haben, direkt auf Erschluss, ist einmal ein wunderschönes Geschoss Ne, wunderschönes, nicht gesagt Auf jeden Fall, die Funde von heute sind jetzt ein bisschen gering Seitdem ich auch gewusst habe, dass da vor allem eine Permafrost ist, dass man nicht einmal mit der Hacke reinhauen kann Sogar mit denen unmöglich ist, dass man da die Erden durchdringt Aber da wo die Sonnenseiten sind, da habe ich noch suchen können Und da haben wir das auch gefunden, oder im Wald Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal Ich hoffe, wir können bei uns das nächste Mal daheim suchen können Auf jeden Fall, wo da Schnee ist, glaube ich nicht Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, biert euch Also, bis zu diesem Mal Amas